Hallo auf Sambri und Batschi Lässig! Ich bin jetzt gerade von der Schule gekommen. Das seht ihr natürlich dann echt später. Ich muss nämlich jetzt erst noch Hausaufgaben und von gestern, aber gestern war Donnerstag, dann bekommen wir immer Hausaufgaben. Aber heute hatte ich einen Wintersporttag, deshalb bin ich jetzt früher zu Hause. Also, gerade eben bin ich jetzt ja eh erst heimgekommen. Also, der Wintersporttag war der Stress. Wir sind sehr viel gelaufen, aber ich gucke mal, wie viele Schritte ich habe, seht ihr es? Ihr seht ihr natürlich nicht. Nein, ihr seht es nicht. 11.000 sind es oder nicht? Ich muss gerade gucken, wie viele Schritte ich habe, damit ich es euch sagen kann. Okay. 11.177. Und wenn ich den Vlog dann zusammengeschnitten habe, das wären jetzt mehrere Videos, die ich heute zusammenschneide, dann wird es auch ein etwas längeres Video. Ich gucke, dass ich sie immer kurz halte. Samri ist jetzt noch nicht zu Hause. Aber, ich nehme übrigens gerade mit einem iPhone auf, falls da die Qualität des Tons und vom Bild nicht so gut ist, weil ich auch die Selfie-Kamera nehme. Entschuldigung, aber ich habe jetzt Hausaufgaben gemacht. Das ist ja von... Ich habe vorher ja schon einen Vlog aufgenommen. Den habe ich aber noch nicht hochgeladen. Das war ein Vlog-Teil. Die schneide ich dann nachher alle zusammen. Aber, naja, bei uns ist es ziemlich schlechtes Wetter. Es ist schön, es ist Regen, es ist gefroren. Ähm, ja, bei uns hat es 3,7 Grad. Katja findet es auch nicht so schön. Na, da sagt ihr jetzt vielleicht gar nichts. Aber, dann, ähm, Katze will gucken. Katze guckt hier. Sie guckt immer raus. Ich glaube, ich muss diesen ganzen Katzen-Scheiß rausschneiden. Also, dann, ihr könnt kostenlos abonnieren, ihr könnt kostenlos liken. Warum soll ich kostenlos liken? Und... Leistung. Ich glaube, wir sausen, auf. ، Das war's.